Tag auch und willkommen zum Errungenschaftslauf Perfect Storm. Anundi und ich beginnen dieses Vorhaben mit der Chance auf dickere Panzerungsropps, 25% mehr Repro-Schaden und erweiterter Unverwundbarkeitsdauer. Um diese Errungenschaft zu erhalten, muss man einen frechen Lauf mit der Flut, also um vier erhöhte Zonenstellungslevel, erfolgreich abschließen, ohne dabei Upgrades mitzunehmen, die das Lebenspunktemaximum erhöhen. Nur die Flut, sonst nichts. Das heißt, wir starten quasi auf Level 5. Unschuldigung, Badescreen. Unschuldige bitte. Das heißt, wir starten jetzt auf Level 5. Wann kommt die Flut? Das ist schlecht, ey. Ja, schön, dass wir so einen Scheiß auch machen, wenn wir keine Aufnahme machen. Du nimmst nicht auf? Ich nehm nicht auf. Nein? Nein. Ich dachte, wir machen einen Achievement Run. Nimmst du auf? Ja. Möchtest du noch aufnehmen? Nee, jetzt zu spät. Okay. So, Mutter, stell manchmal Lebenspunkt, das möchte ich nicht. Zu spät. Sag mal, haben wir da noch eine Kiste? Haben wir unten nicht irgendwas verpasst? Ach, tschüss. Tschüss, ich war hier oben. Ich war hier oben. Du warst auf mich? Nee, ich schüpf schon mal weiter. Ganz langsam. Ich wollte gerade sagen, das ist aber lieb von dir. Dann ist es nicht lieb von dir. Dann bist du wie immer ein Schmuck. Ich bin genau wie du. Ein Schmuck? Ja. Soll ich dich zu mir porten? Nein. Dann warte ich jetzt. Welche Humus oder haben wir denn? Befestige Blöcke. Ja, dann führ mich zu dir. Nee, ich geh jetzt. Hast du schon die Blöcke befestigt? Hast du irgendwas schon befestigt? Ja, die entscheidenden drei. Drei? Ich wollte gerade sagen, drei vielleicht oder so. Die entscheidenden drei. Hm. Was war jetzt 10% Chance? Ich glaube, 10% Chance auf... Ach, ja, nie. Komm. Auf Panzerung Berlin ist gut aufnahme. Die machen zwei Schaden, die Penisse. Penisse, sagt er. Dann gehe ich nicht runter. Die sollen jetzt mal hochkommen. Ja, wieso ist meine Kraft? Ja, die auf der Taste. Panzerung. Oh, nee. Dann ist meine... Mein Eisshot auch gerade explodiert auch einfach. Will er nicht? Weil hier hinten seine Grütze explodiert hier so etwas. Ja, die meine ich doch. Der kann mich mal explodiert auch einfach. Warum spielen wir das eigentlich auch mit Flut? Ich weiß es nicht. Ich will ja den Teufel nicht an die Wand malen, aber... Ganz langsam. Aber? Was hat gerade ein Schiff sagen? Ah, aber... Ich habe Angst, das wirst du es nicht schaffen. Wir waren doch schon mal irgendwie bis Level 8 oder so gekommen, ne? Mit dem Vorhaben. Bin ich mir ziemlich sicher. Wir waren mal gut. Oh, wie soll ich noch... Ja, mach ich anders. So. Oder? So ähnlich. Ich fresse noch einen Schadenspunkt jetzt und dann habe ich es. Pass auf. Ja, okay. Ich, äh... Nein, ich sterbe jetzt wahrscheinlich und dann habe ich es. Pass auf. Okay. Scheiße. Was ist denn da unten? Soll ich mal hinterherkommen? Truhe. Soll ich das machen? Das war so unendlich dämlich. Oh nein. Ist doch kacke hier. Warum willst du das hier machen? Ist doch scheiße. Da ist eine Truhe. Ach, du kannst dich mal. Ja, nehmt mich mal mit, ne? Nimm mit. Habe ich auch gekriegt. So, wie komme ich jetzt da weg? Springen. Oh Gott. Nein. Ich mache jetzt den Lührer. Yes. Sehr gut. Ich habe den Hinweg verkackt, du den Rückweg. Ja, das ist scheiße jetzt. Ich springe zu hoch. Oh Gott. Hui. Okay. 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 Ja. Will ich mal wieder, bitte? Ja, ja. Augenblicklich. Sofort. Oh Gott, nicht der. Oh Gott, nicht der. Lauf, 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 lauf. Oh, das ist, ja, das ist ein dicker. Dann Seelenschiff. Hallo. Ja, nehm ich nicht mit, komm, scheiß drauf. Lauf, 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 Lauf. Oh, das Panzerung. Juhu. Geil. Wir werden so sterben. So, wir können es erst mal vollkaufen hier. Das passt doch. Kauf du erst mal minimum vier. Dann bist du schon mal ein faul, dann rücke ich nach. Ping, 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 ping. Da war ne Panzerung drunter. Oh, das versteht nur eine Minierung vier, ey. So, bitte. Einer geht noch? Ja. Oh, okay. Wir schaffen hier. Wir waren beide neun. Oh Gott, hallo. Hallerröö. Buh. Die schießen. Oh, hm. Das ist uncool. Achtung. Ja, okay, okay. Ich dachte, ich komme mal runter. Da bin ich jetzt noch. Das ist schmotzig. Ich hab ihn zweieinhalb Jahre getroffen. Ja, okay. Ich nehm den. Warum schießt der denn? Oder die, die beiden finde ich nicht cool. Hier, nimm die Plattform. Auf deinen Kopf. Töffe. Macht 50 Schaden. So. Ist nicht schlecht. Wird schon zweimal getroffen, so ne Kacke. Ja, ich glaube ich auch. Vielleicht sogar dreimal. Achtung. Plattform von oben. Noch eine? Opa. Ah, ah, ah. Kaputt. Ah, du hast wieder blaue Haare. Cool. Oh nein, wir haben hier schon die Zeit. Oh Gott. Komm, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Mann. Ich hab gewonnen. Schöne Grüße übrigens. Schöne Grüße. Nee, okay, nee, wir mit. Nee, wir mit. So, nicht leben, so gibt's gar nicht. Okay, siehst man nicht, nee. Ja. Mächtest du durch? Oder ich nehm noch einen? Oder beide? Nee, nimm du den letzten. Ja, mit Panzerung, okay. Ich hätte ja gern Schattelbeak. Ja, klar. Mein Schuss trifft den Schild, aber nicht den Gegner. Ich hab ihn schon zweimal getroffen. Das kann ewig dauern. Ja. Leute. War noch nicht sowas? Ach nee, hab ich voll keinen Bock drauf. Tschüss. Au. So, jetzt peitscht ich von hinten. Oh nein. Was soll ich von hinten machen? Nee, es spielt dahin zu kommen. Er ist kaputt, ich nehme die Seelchips mit. Okay. Ganz sieben. Der ist ja auch schon theoretisch level 5. Nee, der ist sogar 6. Oder nee, plus 4, doch. Plus 4, doch plus 4, dann ist das schon 6. Wollen wir den abkürzen Richtung bossen oder willst du oben vor kurz noch was spannendes gibt? Ich geh gucken. Voll spannend, musst du schon. Oh wow, okay. Tick, 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 tick. Höh. Achtung. Geh verkaufen über runtergefallen. Habe keine Zeit für den Scheiß, tschüss. Ich teleportiere dich in Sicherheit. Mach sie alle platt. Machst du das mit der Kraftlufer mal aus? Ja. Das verwirrt mich, wenn du in mir rumturnst, ey. Entschuldigung. Da wusste ich gar nicht, wer ich bin. Kartoffel? Kartoffel. Ich geh mal kurz zurück, gab's da oben noch irgendwas? Keine Ahnung. Ich hüpfe mal kurz hier rum. Sie sieht so aus, als ob es einen Shop geben könnte. Ja. Hier gibt's eine Truhe, glaube ich. Ich geh mal da hin. Okay. Mit dem Schild, den wir jetzt haben, dürfte das sogar relativ gut machbar sein. Hier liegen fünf Muttern und ich kann sie nicht einsammeln, ohne Schaden zu fressen. Soll ich? Äh, Kraftschaden ist an Energie angepasst. Ich nehm mal mit. Joa, sind immerhin zwei Schienen. Äh, soll ich Schaden fressen für fünf Muttern? Na, ich glaube nicht. Okay, dann nicht. Spielen wir mal safe. Ah, okay, ich seh die fünf Muttern, da komm ich auch nicht ran, oder? Nein, das ist nicht, lass sie. Spielt nicht jeder von uns safe hier, oder? Nee. Äh, okay. Ist hier unten, der Umweg lohnt sich mal überhaupt nicht. Und ihr habt ja auch keinen Bock. Nein! Das klingt so, als wurdest du getroffen. Nee, ich bin erfolgreich ausgewichen in die Schlucht. Ach so, okay. Upa? Ja. Uhu. Ja. Das ist in dem Grund für dich. Danke. Läh, ich nehm auch ein. Für dich. Du kannst dir auch nehmen. Nicht wie nur einen. So, ich brauch auch nur einen. Ja, dann sammeln wir nur einen ein. Soll ich den durchbrechen? Ey, komm, es wird echt nichts mit der Bosszeit. Ja, 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 ja. Alles okay. Der ist jetzt reingeworfen, ich weiß es okay. Bin nicht nachtragend. Äh. So, nein, darfst du noch? Okay. Ja, und damit? Feinde lassen mehr Muttern fallen. Muttern lassen mehr Feinde fallen. Nicht das Lebens-Upgrade. Aus, aus. Ach so, das ist wieder dieser Teleport-Bug? Ich freu mich. Feinde lassen mehr Lebensmute fallen, finde ich, glaube ich, ziemlich gut. Beziehungsweise Textfehler halt, ne? Lassen dickere Dinger fallen. Und? Angriff gegen Energie, LP und Kraftschaden. Nö. Wie viel Angriff haben wir denn? Plus zwei. Ach so, ist LP. Ne, vergiss es. Ist ja auch LP mit drin. Merkst du noch ein bisschen Tempo? Das eine kann nicht schaden. Okay. Tschuuu. Das sind zwei. Oh. Shadda Beak? Hallo. Wieso kämpfen wir gegen ihn ohne Kraft, Nora? Wieso kämpfen wir überhaupt gegen ihn? Finde ich scheiße, oder? Wer wollte ihn denn machen? Ich hab nicht geschrien, Shadda Beak. Nutzt deine Rüstung aus mit dem Schild, ihm entgegen deschen, dann descht du seine Schütze weg. Das ist ja viel zu intelligent. Entschuldige. So spiele ich nicht. Hä? Wo kommt der noch her? Schaffen wir das heute überhaupt noch? Der macht mein Leben mehr. Ja. Der macht dem als die Zeit. Das ist aber auch weg, der schon eigentlich. Juhu. Da hast du zum Schluss acht kleine Dinge da rumfliegen. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Kannst du mir alles fallen? Ja, nehm ich auch. Action. Oh, da habe ich auch viel rausgekriegt. Wuhuuu. Äh. Mir ziemlich egal. Ich hab die Kraft, aber ich muss mal aufpassen. Bums. Rechts oder links überrascht mich. Äh. Den Rollstar. Okay. Juhu. 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 Du weißt, arbeite mit dem Dash. Tue ich, aber in die andere Richtung. Ich renne gerne weg. Ja. Bist nicht gewohnt, das Ding, ne? Nee. Ach scheiße. Tatsächlich nicht. Überhaupt nicht. Gebrecht. Äh. Mach's gut. Tschüss. Was ist der Blue Lender jetzt schon? Nein, 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 nein. Tacke für uns. Nein, ja, ist okay. Ich, äh. Ja. Ja, komm, Steckchenpreis. Ja, den nehmen wir. Und? Das klingt geht auch nicht. Also wenn du noch das würdest sagen. Ja, nehmen wir, ne? Standard schon. Und dann soll ich gerne noch liebste Kaufen, glaub ich. Ach so, ja, bitte, bitte, bitte bediene dich. Effekt. Oh, einer zu wenig drin, einer zu wenig. Egal, ich habe ja eine Rüstung als Ausgleich, den, die du auch hast. Okay. Äh. Kisse. Gut, Orfel. Jawohl. Mehr Energie. Muli. Ne, mich, danke. Na, siehst du wohl. Oh, gut. Verschätzt. Ja, bitte. Ja, gehen rein. Nehmen, nehmen, nehmen. Hallo. Nein, IP-Aus. Von überall, ne? Ja. Du bist nur. Nein. Ich mache mir trotzdem linke, muss ich nur mit, ne? Ja, schaffe ich. Nicht so leicht zu sehen, die ich in den blauen Verlangen drin habe ich. Ohne Schaden zu kriegen. Wirst du mich verarschen? Nö. Wer hat das gemacht? Die war bei mir am Rand. Ach, was bei mir lag ich genau in den Flammen drin. Echt? Also bei mir lag sie auch in den Flammen, aber am Rand der Flammen. Gut. Gut für uns in dem Fall. Das gar nichts. Also ja, dann lasse ich das. Aber Gott sei Dank, dass es eigentlich wurde. Nein, habe ich nicht. Schleudern nicht so mit der Energie rum. Dann nehmen wir schon eine Entschuldigung. Apo Energie. Wir haben nichts mit dem. Die kriege ich jetzt natürlich nicht. Ich habe eine Mutter hingelegt, ich will die selbst. Oh. Ja, ich habe Panzerrock gesammelt und zwar alles. Äh, danke. Ach, scheiße. Ist alles gut? Ja. Ich bin die Lava geplumpst. Ist nicht so gut. Das wollte ich gar nicht. Da hast du die Panzerung mitgenommen, dachte ich. War so nicht geplant. Ach was. Weil wirklich nicht. Panzerung. Bam. Energie. Mutti. Alles. Hier ist alles. Mutti, lass mir Feinde fallen. Das finde ich gut. Ja. Genau, sammeln die mal ein für. Okay, hast du auch eine rausbekommen. Sehr gut. Sehr gut, ne? Hm. Äh, ja. Ja, genau das Ding. Sehr gut. 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 Dumm, ey. Mutti. Mhm. Na. Ich will da hoch. Ich hole mir die Kiste da oben. Ist da was geiles drin? Wahrscheinlich Energie. Dir fehlt einer. Ah. Alles so stressig. Jeder vier? Nee, fünf würde ich sagen. Fünf. Ach ja. Was war das eigentlich nochmal? Ne Rüstung. Angriff in Lebenspunkte. Start. Unser Schild. Hm. Ne, ist okay. Ne, ne, ne. Wenn wir keinen Lebenspunkt-Upgrade einsammeln möchten, möchte ich den Schild nicht aufgeben. Der ist mega. Ist okay. Der rollt, der ist auch der Rollstar. Ach so. Jetzt, wo du es sagst. Nicht wahr? Hab ich nie drauf geachtet. Dass der rollt? Ach so, scheiße. Dass er rollt. Und dass er Rollstar ist. Genau deswegen, wie ich sah er eingeschaut. Scheiße, ich stehe genau in der Ecke, ey. Deswegen Shattered Big Shattered auch. Haben sich die Leute bei den Armen was gedacht? Ja. Verrückt. Dann erklär mir bitte den Architekten. Ich kann die Kuh erklären. Ja, auch gut. Das Level ist der Kuh-Rort quasi. So verrückt, verrückt. Ich stehe hier unglaublich scheiße. Ja. Ja. Ich schmeiße ihn jetzt mal an hier, ne? Ne, immer noch nicht. Ach, der hat ja aus den anderen geschmissen. Ja, den einen habe ich. Dörfte. Der will auch. Der will? Der will. Der will? Der will. Ach, fuck. Ich habe keine Energie mehr. Ich bin hofft, wie kann das das werden? Gib mir Energie. Ich habe geboren. So, hier Energie. So, hier Energie. Geil. Aua. So, und jetzt noch ein schön Herzchen? Nein, okay. Achso, Entschuldigung, Entschuldigung. Achso. Durch mit dich. Welchen möchtest du? Kur. Okay. Kur ist jetzt übrigens im Frostor. Okay. Ist neu. Ah. Ist das 25 XX Upgrade? Ja. Muss ausgerechnet das Ding so dick sein. Mit den hinteren Schocker. Ja. Machen wir hier vorne noch irre. Oh, Mann. Oh, nein. Ach, ich bin jetzt mal in den Schlüssel. So treffe ich den. Der will in den Vorsicht. Ich habe gewonnen. Freut mich. Achtung, Zappien. Äh. Achtung, Piming. So, noch was? Ne, hier ist nix. Schade. Leider ja. Ja, ich musste gerade Lebensenergie aufsammeln, weil sie sonst in die Schlucht gefallen wäre. Ach was. Ja. Soll ich mich hochnehmen? Ne, muss ich nicht, ne? Ne, aber... Ich kann nicht zu mir teleportieren, wenn du oben fertig bist. Aber, okay. Au, was soll das? Au, was soll das? Ja. Teleportiere ich mich. Teleportiere ich mich. Okay. Okay, deaktiviere Fallen. Ohne jetzt nicht, warte mal. Oh, das ist doof jetzt. Okay. Ach so, hast du was mitgekriegt, ne? Wir haben jetzt plus ein Angriffsstärke jetzt und mit jedem nächsten Level auch noch. Ah. Okay, das mit, mit, äh, Kaffee. Mit nächsten Level habe ich nicht. Was haben wir jetzt? Ach so, Air Dash, okay. Tjuu. Na, dauert ein wenig, ne? So, hier oben ist auch... Also hier ist nichts, hier ist nichts Spannendes. Ne. Ne. Oh, Vorsicht. Erdisch irgendwie nicht so gern. Ich finde, erdisch zumindest allein in sich ganz praktisch, es ist zusätzlicher Sprung auch nach oben. Ja, aber manchmal verwirre ich mich mit ihm mehr selbst, als es immer nützt. Und jetzt mache ich gerade nur noch Kaka. Ja, das ist wiederum der Nachteil an dem Ding. Mega Kaka. Ja, läuft, sagst du? Äh, das ist richtig gut jetzt hier. Und in jeder Kiste steckt nur Energie. Kann ich nur so scheiße springen? Wieso dauern die Level eigentlich so lange? Ich denke, das ist kein Marathon. Rüstung. Geh weg da, geh weg da, geh weg da. So. Nein, jetzt. Hier. Vorsicht. Mein. Vorsicht vor was denn? Gut. Äh, vor dem Zäpfchen. Moody's? Oh Gott, seht ihr viele Zäpfchen? Ja, ein, zwei. Hm. Oh, Leute. Ich brauche nicht mal ein halbes davon. Mir geht's gut, danke. Nimm ich. Aber gerne. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach, guck ihr, hier sind sie. Alle. Ja. Wo ist denn? Nee, muss der jetzt mit Schilder stehen? So. Und weg. Ja, weg ist auf jeden Fall gut. Weg, 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 weg. Mäh. Nimm hier auch noch zwei dann. Hätte ich umgekehrt machen können, ne? Hm, stimmt. Warum kommen wir solche Ideen immer so spät? Ja. Ah, jetzt bin ich da nicht so ein Zäpfchen von oben gelaufen. Tu das, no. Scheiße. Ja. Ja. So. Ja, meine Taktik ist hinten stehen. Okay, mach ich vorne. Nee, da vorne ist mir die Kugeldichte zu hoch. Ah, jetzt bin ich da nicht versprinden. Juhu. Nee, das mache ich nicht. Ach, da oben ist ja noch was. Gottes Willen. Haben wir es denn? Ja. Haben wir. Schmutz. Ja. Scheiße, die habe ich nicht kommen sehen. Doof. Sag mal. Ja, bitte. Hast du gedacht, dass wir auch erst in Level 4 anfangen, halten wir auch so viel aus jetzt, ne? Das ist aber auch echt Müll. Leider ja. Leider ja. Oh, ich habe keine Energie. Ich muss nur mit dem Siphon arbeiten. Mach ich. Komm schon. Ich habe gewonnen. Ja, schafft ihr. Nur nicht die olle Lupe. Wieso nicht? Ich bin sicher, ist besser. Ich habe auch keine LP. Scheiß Lupe. Yay. Okay. Rollstarr. Wieso verwechsel ich beide so gerne? Ich weiß, dass es nicht der Rollstrahl ist. Du bist das gleiche Level, deswegen vielleicht. Wahrscheinlich. Ja, möchtest du einmal durchsprinten? Ich sprinte oben durch. Voll gar nicht. Ja. Gut. Das geht halt nicht ein. Äh, nee. Dafür darfst du den Haufen da oben haben. Sonst hole ich mit mir. Hier ist ein Haufen für mich, vielen Dank. Gerne. Aber du hast ihn auch ohne zu zögern eingesammelt. Ja. Das ist ein Haufen für mich, da war ich begeistert. Ein Haufen, der deinen Namen trägt. Hm. Ja, ich lasse mir Zeit. Ich hasse dieses Level. Ich kann es nicht. Ich habe doch Eichgegen geschossen. Wieso schießt das noch? Au. Nein. Tschüss. Auch nicht wieder von hier. Ach ja, ich kann ja Luft sprinten, scheiße. Wieso vergesst man das ständig? Wieso steht der nicht so ein Dicker? Ich gehe mal nach links und gucke nach, was hier so schönes ist. Ist das was Geiles? Äh, die, ein Faust-Upgrade. Für Güte? Äh, das rosa-Farbene, lade deine Angriffe noch mehr auf. Gäbe dir plus vier Angriffsstärke beim Aufsammeln. Ach so, äh. Ja. Äh, welche, welche, welche Farbe hat das Ding? Rosa. Muss ich ja holen, ne? Ich, ich eine. Ja. Ich habe alles ausgemacht, soweit ich ausmachen konnte. Ach was. Das heißt, eins noch nicht. Toll. Rate, in welches ich reingerannt bin. Hier vorne liegt zweimal Panzerung. Ich hoffe, die liegen bei dir nicht beide in den Flammen. Beide nicht beide. Beide nicht beide beide? Ja, beide beide beide. Genau die beiden. Ja, da ist noch links einer. Ja, das linke ist genau drin. Ach man. Jetzt verliert die mich noch Absicht. Ich habe noch eine. Scheiße, ey. So, Lebensenergie ohne Ende. Hast du, die Repros lohnen sich, ne? Na gut, der Repro ist ja kein wirklicher Repro, wenn du so willst, ne? Der macht ja bloß, dass du keinen Schaden kriegen durch. Ja. Aber hier, wow, ein Pinguin. Ja. Will ich nehmen. Ich habe hier auch zusätzlich Gegenstand. Krieg und Stopp. Da bin ich auch nicht, 90 Prozent mehr zu 25 Prozent der Schaden, ne? Richtig. Aber ich würde sagen, die drei hier noch. Und dann, ja. Mega gut. Kannst du dich mit Lebensenergie vollpumpen? Dürfte? Die sind für dich. Die sind für mich. Das war nett. Komm, dann gönne ich dir auch noch ein oder zwei oder drei. Wird sie die noch? Ja. Wieso gab da keine Rüstung? Kann ich auch recht. Naja, gut, was soll's. So, ich nehme den Fahrstuhl. Okay. Hallo. Auf den verzichte ich. Den Fahrstuhl? Auf die Energie und Lebensenergie. Ach, die Energie wollte ich sagen. Ja. Hier liegt noch zwei potenzielle Panzerung. Möchtest du? Nehme ich wohl. Null. Bei mir stand Anzeige plus eins, aber ich sehe links in dem Dings, das ist ein bisschen gekriegt. Frechheit. Du hast die Ehre. Und den hier. Oh, ein roter Helm. Fehlt noch die roter Arm. Finde ich die. Aber dafür kriegen wir keine Panzerung. Das finde ich jetzt doof. Geht's kann ich nicht machen. Ich hätte auch nämlich lieber die Panzerung machen. Oh, ärgerlich. Hm. Obwohl, was hätten wir gekriegt? Dreifach Dash in der Luft? Ist jetzt auch nicht so prickelnd. Nicht für unser Vorhaben. Hm. Obwohl, damit kannst du einigen schwierigen Passagen vielleicht ausweichen oder so, ne? Das vielleicht schon, aber auch in schwierige Passagen reinsprinten. Ja, wie man's grad braucht halt. Ja, oder halt nicht. Also ich weiß, dass ich genau das nicht mache. Also nicht in Passage, ach du weißt, was ich meine. Nicht Passagen machen? Genau. Gut, also heute keine Passagen. Keine Passagen heute. Die sind heute aus. Oh. Oh, sag mal, wie doof kann man sich denn heute bei ihm anstellen? Hilfe! Ja, maximal. Ich komme mit dem Noster einfach nicht klar. Das ist doch der Architekt. Oh nein. Das macht Lebensenergie, ne? Äh, ja. Ja, schade. Ne, wir brauchen wir langsam. Bin ich echt mal Dienst? Ich nicht. Ach, das fang ich damit jetzt auch nicht an. Rebo-Klicken. Äh. Mir echt Wurst. Mir mega Wurst. Mir interessiert auch. Da nehme ich Kur. Okay. Ich könnte eine gebrauchen. Ne Haarkur? Auch. Ich habe am Samstag Friseur-Termin. Ich habe am Samstag Friseur-Termin. ấp ich bin ja.